Ich wurde von Deutschland gegen Brasilien. Herrlich. Jawoll. Das ist mein Ding. Element. Oh, Macho, Big J, Battle... Oh, seine Loyala, das ist ja ganz übel. Was haben wir gekriegt? Ach, da nehm ich direkt mal Ball mit rein, gell? Ohne Ball geht das ja nicht mehr. Ich nehm auch nen Ball mit rein. Du bleibst mit, ich geh dann durch, ne? Irgendwann mal. Jeho! Oder wenigstens willst du durchgehen. In 2G Batch. Macho, pass auf. Wie du? Ich hab damage skills, komm ich sehen. Mach den erstmal weg hier. Der Macho ist... ...abgehaben ey. Bochen ey, der ist tatsächlich ganz abgehauen. Ja, du kannst meinen Ball fressen. Hahaha. Die haben... Oh, spannender Adler! Oh, lass es mal richtig haben. Okay. Ich hab den Funk, ich komm hinter mir. Er haut ab. Oh. Ja, ich hab lags. Stand so, it's other not responding. Komme mit, du Geist. Komme mit, du Geist. Ich hatte euch hinten losen. Oh, oh. Was ist da los, Migi? Ja, pfff. Hast du gesehen, was ich gerade alles gefressen hab hier? Irgendwie drei IBS auf einen Schlag hier. Halt's Maul. Oh mein Gott, Alter. Unser Punkt wird genommen. Ja, dann geh hin. Yeah. Ja, ja. Viel schon unterwegs. Da war eben noch unser random und er hat gar nichts gefallen. Oh Mann. Oh, es wird sich damage. Was probier ich denn hier? Ne, ich hau mal ab. Ey, sag mal, was war denn das jetzt wieder von mir? Einer von denen ist tot. Oh, es fielst du da schon wieder oder was? Ja. Ja, unser behinderte... ...Mongol. Du bist ein Sowlerisch, fast, ehrlich. Alter, was machen die denn, ey? Alter. Migi. Hm? Migi macht andere. 2. 3. 3. Ich liege ja ziemlich, ne? Ohhhh, ey. Wir brauchen Hilfe mit! 10 Sekunden! Zu spät! Ey, ich bin nur da. Wie hältst du? Du willst wieder verarschen, jetzt mach da nochmal down, ey! Uuuuuh, tot. Wow. Mit? Achtung, wenigstens allein gegen drei. Das macht's ja nicht lang. Boah shit, das ging richtig schnell, ey. Ja, ich lag in einer Torbenboden, ich kann ja nichts machen. Ja ne, du gehst nicht. Was willst du denn da machen? Ich bin gleich wieder mit. Babo, mach keinen Scheiss. Ja, bei mir sind zwei. Ja, nein. Nein! Nein, ich bin down. Unser Punkt wird schon wieder genommen, dein. Ich geh zu 1. Ja, mach das. Wo bist du denn? Ich bin down. Mage und Dingser kommen entgegen. Gegen was hat denn jetzt unser dahinten schon wieder verloren? Alter, der ist super scheissig mit dir in der Mane. Hier rüber ist gut. Ja. Du kriegst sogar noch mehr von mir. Das wär nett, danke. Dings, kommst du durch? Ja, ja, dauert man das ja. Der Macho, kannst du den tanken? Oh, und die Welt. Geh auf den Punkt, Feiler. Oh shit, ich hab zwei Quilfs mit. Ich hab zwei GWFs mit, äh... Wie viele Sekunden hast du? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hey, drei Leute mit. Wieso bin ich allein mit? Gegen drei, gegen zwei. Jetzt kommt noch einer zu dir, du iscu. Noch ein Gwiff. Das ist ein dummer Gwiff. Und es hat Drehwix und Sanne sind Mitte, übrigens. Komm auch gleich wieder Mitte. Das mach ich schon nicht lange hier gegen die zwei. Warum eigentlich? Bin die Staun. Wenn sie sich einmal auf dem Boden haben, die zwei, dann... ...genau so sieht's aus. 2 GWFs bei uns auf dem Punkt. Die kommen jetzt sowieso in der Mitte, wenn unser Renemnitz so katastrophal schlecht wäre, ja. Egal. Weiter spielen. Oh, hier kommen ja drei Leute von den drei. Was schon jetzt los? Und die mögen mich. Ja, und mich auch. Was war das das für ein Ball? Meiner. Ne, ich mein meiner. Wieso ist der so rumgespickt hier? Ey, ich bring gar nichts raus hier so. Mach was! Ja, ich... Der hat gerohrt und getötet. Ja, toll. Ich bin nicht tot. Ja, aber der Punkt gehört immer noch uns. Geh weg vom Punkt! Wie soll ich das denn machen, wenn ich zweimal gerohrt bin? Ja, jetzt nicht mehr. Achtung, Big J kommt auch wieder zu dir. Ist gut. Ich hab zwei bei mir. Ja. Du kommst dann schon wieder hier nochmal, ey. Ja, weil wir sterben in der Mitte. Achso. Achso. Ja, jetzt kommt... Ja, jetzt kommt... Simple Erklärung. Achso. Ja, soll ich mal... Ich geh durch, ich geh durch, ich geh durch. Ja, soll ich mal... Ja, soll ich mal... Ich geh durch. Drei noch... Oh, ich sagte dir vorher noch. Kommt nichts hierher. Was tust du? Ja, jetzt bin ich da. Wen haben wir hier? Necrocrocrocro. Was ist denn das? Oh, jetzt kommt ein Gewehrschluss. Ist auch nice. Ja, ich hab's gesehen. Ach, hier. Was war denn das jetzt, ey? Was war denn das jetzt, ey? Bo, kommst ja eigentlich ganz gut mit dem Kerr. Sieht so aus, oder? Ne, ich denke ich, ja. Ich hab immer noch zwei GWFs hier hinten, ey. Zwei, nur ist gut. Willst du mich verarschen, bro? Ich hab den GWF getötet, der zu mir kam, Sanne. Jetzt bin ich down, man, hier. Ja, ja. Ey, jetzt dodsch ich mir auch noch aus. Wo ist Migi? Ich bin auf der drei, hab den Punkt genommen und der GWF ist tot. Ich komm mit. Ja, dann geh ich auf die drei. Auf der eins war ich. Komm mal, bitte twitching. Ja, ich komm mit. Er reißt den Meister mal hin. Ja. Scheiße. Ich hab mir meinen Ball weggenommen. Ja, ich hab... Ich muss gegen den brauch ich das Ding. Wie heißt das? Ja, ja, natürlich. Jetzt willst du nicht gehen. Ja, ist klar, was ich hier alles abkriege, ey. Fängel und legst den Ball auf den Kopf, ist nicht schwer. Ja, wenn man da noch damals interrupted wird, ne? Wissen Sie. Du wolltest nicht mehr Scherbe spielen. Ja, unser Punkt braucht es wieder. Bitchy, geh rüber. Ja. Ach dich. Bitchy, du bist gechased. Jetzt kommt der Hunter hier. Ich sag mal, warum sind beide gleichzeitig down? Oh, da kommt der Macho. Ich hab zwei Mitte. Ich seh ihn total fertig. Ich geh erst mal gegen Kasper hier. Ich geh erst mal gegen Kasper hier. Ja. Ja, eben, ne? Ja, ja. Ja, ich hab den Macho gekillt. Ne, ich hab den Mage gekillt und komm jetzt wieder mit. Jetzt chillt euch mal hier. Ich mach... Ja, ich hab die ganze Zeit zwei Mitte, Mann. Ja, ich komm ja. Ja, ich komm ja. Ich mach nicht mehr mit dem Ball. Ich mach jetzt mit Ice Erase, sonst... Der Hunter springt der dazwischen. Ich hab ja nix killen. Nimm mal irgendeinen aus dem Game eben. Ja, den Hunter. Der ist tot. Na gut. Ich geh wieder auf die 3. Ich geh wieder auf die 3. Nein, auf die 1. Hättest du nur 1 CC überhaben können, Mann. Ne, hab ich nicht mehr. Ich muss den ja killen. Geh weg. Jo. Na ja, ich hab wieder 2. Maul jetzt. Habt ihr die dann mal gleich Downs, du? Oben. Seid ihr zu dritt? Ja, ja. Ich komm zurück. So, ich hab den Macho schon wieder gekillt. Aber ich bin hier ziemlich lowlife und muss den Punkt noch nehmen, bevor der wieder kommt. Ja, ich komm. Ja, da kommt der wieder. Ja, Ante, du bist so scheiße. Ich geh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wie kommt einer? Du bist gut? Catch ihn. Fang ihn ab. Ja, was war das sonst? Ja, fuck, Alter. Nee, und ich hab keine Soulforge mehr. Ich bin tot. Scheiße, Macho ist wieder da. Und viele sind das? 1,5. Aber ich hab einen Punkt geholt. Wegen sind es nur einer. Achtung, der mage. Nur der mage. Halt den einfach ab. Ich komm wieder durch. Ich geh auf den Punkt, dass du nicht... Ja, sorry. Du bist ja gefreased. Sorry. Ich hab's grad gesagt. Sorry, du bist ja gefreased. Scheiße, Captain. Was hast du da? Ja, ich muss durch. Ja, ja. Weil sonst... Ist das gar nichts hier. Nice, Miggi. Was hat denn der das Gefühl, du, ey? Wenn ich gleich sterbe, da hau ich mir alle Pots rein. Scheiße, egal. Dieses Game will ich ihn nicht verlieren. Oh, jetzt kommt ein zweiter noch. Oh, shit. Boah, nicht im Ernst, ey. Hey. Uh, was hast du denn bei dir? Ah, der ist tot. Hey, ich hab den einen GWF hier noch. Der andere ist grad gestorben und jetzt... Da reißen wir da randomly gerade noch. Du kommst zu, oder was, ne? Das glaub ich doch nicht. Das verreckt doch mal, ey. Er macht was. Sniper. Ach, scheiße. Ah, der ist tot. Zu euch kommt nur der Hunter jetzt. Braumhaft. Hebt ihn. Nein. Nein, er hebt ihn auf. Hebt mich. Ich kann nicht. Ach, scheiße, ey. Das glaub ich doch nicht. Ich heb dich auf. Ah, scheiße. Ja, jetzt sind drei Leute hier bei mir. Ja, ja. Beeiligt, beeiligt, oder? Ja, jetzt bin ich tot. Bleib stehen. Ja, da gehst du durch. So, los jetzt. Gib mal Gas, dann schaffen wir das. Das war nicht schlecht, jetzt der Approach. Die mussten jetzt echt drei schicken, um hier zu clearn. Wenigens wieder durch, hoffen. Ja, sowas. Ja, sauber, sauber. Sorry, du bist gefreezed. Ich seh's. Oh. Ah, ich kann nicht. Ah, unser Random regelt das da. Der NecroCrow. Bro. Ich geh dem wieder. 2 GW jetzt Mitte. Ich geh durch. Ja, Alter, Leute. 2 GW. Also, ich komm zu dir. 2 GW. Soll. Das war jetzt Fail. Ich hab immer 2 hier draußen. Ja. Ja, Bitchy, geh durch. Ja, ich geh gleich. Ja, geh durch, geh durch, geh durch. Ja, der Macho. Ja, der ist durch, ja. Hey, sie kommt jetzt zu 2. Einer muss durch, ich wink's, lauf durch, ja genau. Kann ich nicht abgenauern. Ah, ich bin tot. Wie viel sind denn hier mit, ey? Hallo. Bagoscu, räum mal ein bisschen was auf hier. Willst du mich verarschen? Eigentlich nicht, nein. Ah, wie soll ich denn hier was? Ah, den Ball, der taubt hier nix, Leute, ey. Ah, das sind ja alle fünf. Macho ist geprogged. Ja, ist tot. Einer für drei, Wings zu bringen. Ja, ach ja. Sie sprechen was? Jetzt gehen wir auf unseren Punkt, der verliert da hinten wieder, ey? Ja. Ich würde den GWF hier noch heben, ja. Ja, der ist tot. Was ist das Ding da? Ich geh mal zu Wings. Nein, nein, ich bin zwei, hier sind wir. Okay, okay. Nice, dann nimm du den Punkt ja nicht den da weg. Oh, scheiße. Oh, ich kann nix wechseln, ey. Jetzt ist jemand da. Geh ruhig. Oha, Mage, Mage. Was mach ich denn hier? Waser Adler. Hey. Ja, der ist super, den kannst du töten. Ja, der ist super, den kannst du töten. Ach, was war denn das hier? Boah. Hier, das ist doch Fade. Ja, komm runter. Den schaste zu töten. Der läuft vor mir weg. Ja, oder so. Ey, Twitchy, wo bist du hin? Ja, ich hab hier. Ja, dann lauf doch nicht vor mir weg, du Killer. Verlierst doch das One on One. Das ist ja kein One on One, das ist ja der Witz. Ey, dann lauf doch nicht weg. Du Held. Ja, jetzt bin ich down, ey. Ja, ist gut, Ucliss. Wahrscheinlich noch ein GWF. Äh, dann sind ja auf der Augen. Ey, einer mitgeflogen. Hallo. Hey, lol. Wie gesagt, danke. Danke. Warst du das? Ja. Wie sieht's aus bei dir? Nice. Ah, shit, ich hab zwei. Boah, ei, 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 ich bin tot. Mitte. Zwei GWFs. Ich komm dir wieder, hilft's. Aber wenigstens hast du da den Mage. Ja. Nein, zwei. Dann holst du dich nicht. Panther und Mage. Also, dann geh ich rüber, ne? Captain. Es ist gut, krieg noch ein GWF. Ja, ich bin tot. Noch einen. Scheiße. Ich bin gleich da, Wings. Bei der Treppe. Ach, hier, jetzt. Kommt mir entgegen. Ah, scheiße. Hier soll ich zu, ich kann aber nichts machen. Ah, shit, jetzt krieg ich aufs Maul. Nein. Super Fail-Aktion. Jetzt werde ich gechased von den beiden. Ja, Punkt. Mann, jetzt bin ich da und hier hin. Ah, unser super random Block da. Unser random, der ist so behindert. Das gibt... Du kannst dir nicht vorstellen, wie wir in the days, ehrlich, ey. Ja, aber ich reg wieder schon gar nicht drauf. Ey, ich krieg ne Krise hier ohne Scheiß. Mischi, geh bitte, Mann. Ja, ich geh gleich. Drehwix ist noch da, der Noob, Schwarzer Adler, Noob, da ist noch da. Ach, naja. Links brauchst du da. Ja, einer muss auf die Eins. Unbedingt, einer muss auf die Eins. Das ist schon los. Bin dabei. Aber guck mal, was hier ist. Ah, ja. Ja, au. Captain. Was wir gehen machen, erst mal die Mitte clear, wenn die hier einlaufen. Da ist so los, oder? Ja. Da ist... Salzmaul. 18k. Wow. Ja, ich krieg den, äh, hat mich hochgeheilt. Hab's vergessen. Ich kann das nicht gegenhalten. Bye, Captain. Ja. Komm, da hinter. Ich hab jetzt nicht... Ey, was ist denn jetzt hier los auf einmal? Ich komm zu eins. Ja, die zwei GWST. Mit dem in der Mitte sind tot, aber ich komm zu eins. Ich komm hier gar nicht durch, Mann ey. Ich komm gleich da, Captain. Ich krieg zwei Ultis auf dem Weg gehen da. Ja. Ich bin down. Ich bin jetzt in die Reihen drin. Ja, du bist ein so dummer Spass hier in Random. Ehrlich, das geht's gar nicht mehr. Ah, die haben aber auch so einen. Machen wir uns nichts vor hier. Nämlich den... ...Hunterladler. Hehehe. Hehehe. Der Revix. questi. Der Revix. Pitch E1. So, ich geh wieder durch. Ich kann natürlich nicht mounten, ne? Ja logisch und ich bleib hier natürlich grad, ja logisch! Was heißt denn da Twitchy? Ja mage und hr. Ich geh, oder? Ah, ich bin down, ey, und der mage ist geprockt. So'n Scheiss, und der Drevix ist so nub, ey. Und wie lange brauchst du, bis du Artists irgendwie mehr zusammen hinst? 6, 5, 4, 3, 2, 1, bin wieder da. Bin jetzt gleich bei der 2. Der Macho kommt dir nach, ne? Geh du schon mal auf den Punkt, ich kill den schon. Macho kommt wieder mit. Der GWF kommt noch zu eins. Du, dein GWF-Läufler durch. Ja, toll, ich hab immer noch einen hier. Welche GWF hast du denn? Ach, die haben drei Stück? Ach, naja, wir sind alleine den bei uns. Guck mal hier einer, winkst du oder so. Immer schnell mal in die Mitte. Ich bin auch da. Einer muss zu Scoo. Ach, ich krieg zwei Ultis hier mal ab, wieso ich die Zeugen... Geh noch! Boah! Was war'n das? Boah, ich muss wieder auf die 1. Ich lauf' überhaupt nix um, Mensch. Ich hab' die Löcher. Die Löcher! Gold ist der Flay! Magi? Ja? Was hast du? M.A.C. Ich hab ihn tot, hab ihn tot. Ich hab ihn tot. Ich hab ihn tot. Da kommt wieder was. Ich komme links. Nee, das kannst du vergessen. Ich zünde meine Bubble. Und es kommt einfach nichts. Ich hab drei Leute hier. Ich hab drei Leute hier. WTF, wieso hab ich drei Leute hier? Ey. Ich hab schon wieder beiden GBS. Ja, drei GBS. Nice Kombi. Du, nicht versuchen zu töten. Überleben, überleben. Ich komme gleich. Nicht töten, nicht töten. Nicht töten, nicht töten. Oh, nice. Sehr gut. Ah, nein. Dodge. Nein. Fuck. Ja, was tut. Jawohl. Jetzt bin ich tot. Das waren zu viele drei. Schon, aber wir überholen sie jetzt. Wir machen nämlich immer irgendwo Punkte und blocken sie dauernd. Sehr gut dran. Weitermachen so. Dann können wir die nämlich. Ich habe drei wieder hier. Ich komme gleich wieder zu dir durch. Ist gut? Oh. Oh, es ist nur ein Sniper. Ich komme, ich komme, ich bin gleich da in der Mitte. Bitch, ich fange ihn von der Mitte an. Ich muss durch zu Wings. Foul jetzt hier. Fight hier. Hier ist alles tot. Hier ist alles tot. Okay, okay. Geh du durch. Ich fight hier. Ich komme auch Mitte, Sigi. Ja, nice. Wings. Achtung, da sind drei Leute wieder Mitte. Zwei gehen direkt wieder durch. Wings, geh Mitte. Wings, geh Mitte. Geh bitte. Muss hinterher, Mann. Mach das. Ich mache den Tod im Big J. Ja, der kann trotzdem mal einen, wenn du den Tod hast. Ja, ja, ich sehe. Oh, scheiße. So, random wird hier vergewaltigt, Mann, ey. Ich will die nicht töten überleben, bis Dings da kommt. Einer hält mich vom Punkt weg. Ja, ich komme zu drei, ich komme zu drei. Ich habe die zwei gecleared noch. Ja, da kommt einer. Ich muss dem in der Mitte folgen, ne? Sku. Ja. Wie viel hast du noch, Sku? Ich habe immer noch einen gewählten. Ah, ich habe zwei gewählten Mitte jetzt. Fuck, ich bin gewählten. Komm, random auf den Punkt, Mann, hier. Ah. Jetzt werde ich hier vergewaltigt, ey. Jetzt ein Down, Mann, wird es aber wieder fit. Kann mich nicht bewegen, nee. Was, Anna, du bist so behindert, Alter, ey. Warum bleibt das so ein Team-Mate? Ist das HR, oder was ist das? Ja, vielleicht ist so ein Team-Mate. Mario, you can't kiss this DC. Loil. Und er ballert die Bische. Und macht dabei aber nichts mehr. Hey, drei Leute Mitte jetzt hier. Ja, ich mache ja. Mach mal den Battle Angelina da tot da. Wem? Den Battle... irgendwas. Der ist Half-Life. Battle Angelina... Was weiß ich, wie die heißt. Angela Lita. Die da. Genau. Ah. Da war auch nicht so am Nandi. Warte mal, einer fehlt doch. Was denn jetzt? Leichte Lacks hier, oder? Ist das die IC Trainern drin? Ganz leichte Lacks, ey. Ne, ne? Das war nice. Weggeschmissen und direkt aufgespießt. Ja. Hahaha. Nice, wir killen's. Schau, wir gewinnen das Ding. So, natürlich. Aber so gewinnen wir das. Die mögen nimmer. Element. Ich hab den noch einen Kappen. Ja. Zwei und drei. Zwei. Zwei auf der Zwei. Komme. Nein, nur einen. Der eine ran zu drei. Äh, ich kann zu drei rein. Fücci mit. Ja und sobald wir was auf die Eins gekriegt, geh ich wieder. Wohl. Ist ja gar nix. Haben sie GG geschrieben, oder? Ja, ja. Haben sie? Ja. Dann soll er sich vom Punkt verpissen in die Ratte, ey. Da ist er. Guck dir den Boss an, hier. Lol. Was macht denn der Sanne? Was ist denn mit dem los, ey? Ja, da kann ich nicht bleiben. Ja. Stop. 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 Ich höre euch mal, dass er einen Point runter läuft. Ja, ich liebe mich. Doch, ich hör gar nicht. Ja, da ouais. Ich hab's nicht gesehen! Battle Angel Alita Was haben wir denn jetzt für Uhrzeit hier? 6 Uhr, ja das reicht noch für eins Hoffentlich ist es nicht nochmal so eine lange Serie